Willkommen zum Community Event 2023. Es werden wahrscheinlich viele Drachen gerettet oder sich in Drachen verliebt. I don't know. Okay, Spaß beiseite. Ich bin Donnep204 und das hier ist jetzt der Streamplan. Ich werde streamen heute Freitag ab 20 Uhr, Samstag ab 20 Uhr, Sonntag ab 15 Uhr und dann nach einer kurzen Pause dann auch nochmal Sonntag ab 20 Uhr. Und nein, das ist noch nicht alles. Es geht dann natürlich nächste Woche weiter. Und zwar wird dann Speedy übernehmen auf ihrem Twitch-Kanal Let's Lost Together. Und zwar Dienstag und Donnerstag ab 20 Uhr 30. Und nächste Woche Freitag werdet ihr dann Info bekommen, wie es danach weitergeht, weil es ist danach noch nicht vorbei wahrscheinlich. Wir haben danach wahrscheinlich noch nicht alle Projekte durch. Vielleicht doch. I don't know. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall, das war der Streamplan. Seid bitte live dabei. Wäre cool. Wenn nicht, werde ich aber nach Möglichkeit die Streams natürlich online auf meinem YouTube-Kanal lassen. Tschüssli! Tschüssli! Bis zum nächsten Mal.